. . . . . . . . Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Vorone haben wir das schon mal wieder mit der Red Skyline. Ich werde einfach eine anderen. Scheisse. Stecken beide drin. Ja, ne? Wo ist das denn los dann? Wie kann man sich hier oben werfen? geht doch schon mal wieder gut los ja oder gleich um die Ecke steht aber das ist aber anders so wohnst du mal und? Vorsicht alter auf zwei Meter irgendwo ich müsste sie eigentlich hätte wegpacken können muss ich mich jetzt also nix zum, ganz hättest du dich nein hat er gesagt nein Kasse Kasse der wird mal irgendwo durch ein Feuer gelaufen sein ja also hoff ich hier ist das Blut in ihrem Gefehl kannst du das denn auch rum ich merke immer mal nicht was da ist ok hier hängt eine Neuanzange das ist nicht in Ordnung das finde ich nicht in Ordnung ich glaube die muss ich auch irgendwann mal spielen aber nicht jetzt aber hier ist auch links ne eine Wette Tasche die nicht aufgemacht hast Watt, watt, watt habe ich von der anderen Seite nicht gesehen was mach ich denn jetzt das fällt mir immer recht schwer weil ich die eigentlich ganz gerne mag dann nehme ich sie doch diesmal mit aber ich sag's nur mit normalen Emotionen spielen aber wenn du anfängst, du musst flacken und so kriegst du nichts mehr ich guck's trotzdem erstmal rein ich möchte auch mit den Duel Building nicht da kommt's da kommt's diese scheiß Hives erst wie sieht die noch nicht oh nein 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 ich habe doch nichts hier weg oh ich auch nicht noch einer okay abruf oh ich penne oh fällt Brüller warum hast du sowas? weil weil Stufen nicht wenn wir schon mal hier wirds Nits Ja. Kugelfänger. Hab ich schon. Was hast du getan? Ich dachte gerade du läufst in meine Fallen rein. Nein. Du hast nur sie geklappt, ich wuchs schon ab. Ja. Maschinen-Dingspons. Das ist nur so ein scheiß Immo. Ja. Ja. Hm. Hm. Hier weis ich immer nicht. Hast du eine oder zwei Speere? Eine. Wieso? Wird man ja mit zweimal werfen direkt den Dicken weg machen können. Du hast zweimal was? Hm. Hm. Ich hab erst mal eine verpasst. Jetzt bin ich auf den Kopf gesprungen und hab noch mal eine verpasst. Geht weg mit deiner Speerspitze. Ja. Jetzt bin ich heil drauf. Alter. Boah, das ist echt daneben. Hm. Oh. 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 Sehr gut. Sehr gut. Na ja, nur sehr, sehr laute Waffen. Oh. 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 Die haben wohl geschossen, oder? Ja. 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 Ja, hier ist auch noch eine, äh, wie heißen die Dinger noch? Joke. Ja, die laufen hier noch. Ich hör sie. Ich hör sie. Mhm. Und seh sie. Da. Die laufen grad auf die andere Seite rüber. Also in das Gebäude. So. Die würde ich ja gerne abfangen, wenn sie da rüber laufen wieder, ne? Ja. Ich würde es auch nicht ganz gerne sehen. Die Haifhörste. Oh Gott, bist du weit weg. Ich brauche jetzt eins. Hm. Ich leider gar nicht. Der braucht nichts. Ach, was machen die da? Sieht da immer noch ein Klug an? Nein. Ich habe jetzt einfach mal ein rotes Fass vermied. Also Vorsicht. So ist das okay? Nein. Nein. Keine Ahnung, ob die jetzt schon weiter sind. Nein. Nein. Ich meine, was ich hier nicht mehr sehe, dann ist mal... Scheiße. Die werden wohl inzwischen weiter sein, oder? Danke. Die da bestimmt. Und wir gehen auch. Ja, da muss ja erstmal ein Weichchen hinterher laufen. Schade. Hier habe ich eine Pistone gefunden. Wo ich mich niederlassen konnte. Da laufen auch zwei. Da ist einer. Der hockt da. Oh scheiße. Jetzt hat er mich, glaube ich, gesehen, oder? Ne. Doch. Ich will nicht. Wo mein Berg war's? Nein, unten. Das schleicht da am Weg. Schleicht da am Weg? Beim Pingen. Das ist nicht mehr. Scheiße. Wir sind auf jeden Fall hier rüber. Das sind Gründe, ey. Da läuft einer. Irgendwo dahin. Jetzt hatte ich natürlich die falsche Waffe. Den Neuen fangen wir jetzt nochmal auf. Hm. Hm. Ich bin schon ein bisschen mal. Hm. In deine Position. Hier läuft jemand. Und. Ja. Da am Gebäude rockte gerade jemand unten. Ja. Die ist aus hinten. also ich habe zumindest gehittet der war so ein tolles ziel ja ich war voll drauf im kopf kohle gerend hin das ist darüber gelaufen was gesehen da dahinter jetzt der kunde liegt da naja und der andere ist darüber gelaufen wo ich ihn gefinkt habe so ich werde jetzt nicht mehr aus dem steht wieder ja liegt wieder da weiß halt wo ich bin da kann ich nicht bringen dann bin ich gleich wieder tot das thema hatte ich gestern schon jetzt kommen die von hier drüben auch das wäre schön ich habe noch drei schuss ich habe noch drei schuss keine kiste dabei ich auch nicht das ist gut mir scheint blutlos zu sein ich bin zu scheiß bei vorne hier keine ahnung wo der Ende ist ne was du da hingelaufen hast ne ja das ist in Mathe also hier und dann quasi Richtung Süden gelaufen ok ich sehe ihn hat hit aber hat nochmal hit da hinter aber mit Armbrust da muss ich aufpassen er hat er bei mir auch versucht kann nicht an aber bei mir wird eben schon naja ok jetzt ist er unten rein das ist hier unten drin achso muss jetzt hier oben sein muss man noch mal hochkommen muss man noch mal hochkommen hm ist da so ein paar hier unter mir wenn du ihn lootest ja vielleicht auch ich habe auch Munition bekommen oh von hinten kommen sie ich habe keine Munition bekommen die sind rausgerannt die sind rausgerannt durch mein Fass naja die Bounty ist durch mein Fass gerannt aber ich hoffe so dass es beide sind ne oh herrlich oh herrlich naja bewegen sich nicht das wäre ja wohl mega ja echt mega oh ich habe ne Kiste bekommen ne Munitionskiste falls du haus oh fass 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 mal hin hier liegt ne Bounty und da liegt noch eine ich haue mich ins Reck ey das Spiel des Tages ne 100%ig oh herrlich ey und das ist sogar ausgebrannt schade da soll noch mal jemand sagen fallen funktionieren nicht nein oder ich weiß nicht mehr vielleicht sollten wir uns mal diesen tag mitnehmen wo man das sehen kann in der mitte hatte ich mir gestern die ganzen leute als solo geholt ich stehe hier noch ein bisschen mien ich sehe jetzt fast was ich sehe falls der eine uns noch folgt der eine ist versucht ach Gott das lasse ich mir ich habe einen Ausdauer mehr da sind glaube ich Hunde drin ja ein paar waren Hunde also das mit dem einen Typen mit dem Baum du kannst durch keinen Schlitz schießen bei den Häusern klappt das gut und so wie es im Wald ist kannst du es vergessen musst du mehr Abstand nehmen vom Baum sonst wird das nichts ich war so drauf du saß da so schön ja ich habe wirklich freie Sicht schön auf den Kopf da fängt ruhig halt geprüft was ging im Baum hast du das? nein aber da ist eine etwas Feuer gelaufen ach so hier ist jetzt ein gelbes Fass vermint ich gehe nicht da rein ja ja das hast du gerade eben auch gesagt haben bumm ne 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 mach ich nicht seh ich doch nicht ein auf zu spielen wir müssen raus ich kann nicht ich habe hier Hunde auf ach ich bin aggressiv es ich bin ich bin nicht ich bin Na toll. Schön meine Falle aufgelöst. Ich wollte gerade nochmal schießen. Noch nie so leicht eine Falle abgeluchst. Äh, eine Falle sei schon eine Bauteil. Danke für's. Schön. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.